Der Prinz der Drachen Reflexionen Geduld Geschrieben von Devon Giel Übersetzt und vertont von Zinobor Laßt mich euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit sahen die Menschen von Xadia hoch zu den Sternen und baten um ihre Weisheit. Wie die nackten, hungrigen und magielosen Kreaturen, die sie waren, sehnten sich die Menschen nach mehr als nur dem schwarzen Schlamm unter ihren Füßen, nach mehr als nur die Krümel auf ihren Zungen. Nach mehr als das Blut an ihren Händen, die rau und blasenübersät von ihren Anstrengungen und von der Bösartigkeit ihrer Welt waren. Sie wandten ihre Blicke gen Himmel, sie streckten ihre Hände nach oben, und die Himmel gewährten den Menschen ihre erste Lektion. Geduld Diese Lektion wurde nicht laut ausgesprochen. Sie wurde weder geflüstert noch aufgeschrieben, nicht einmal geträumt. Sie wurde im Stillen gelehrt, in Abwesenheit. Denn die Sterne, kalt und weit entfernt in ihrer Dunkelheit, sagten nichts. Sie blinzelten nur, als würden sie ihre Geheimnisse alleine hinter einem feixen und versiegelten Lippen verstecken. Also lernten die Menschen zu warten. Sie starrten in das dunkle Schwarz über sich und warteten geduldig darauf, dass die Sterne ihr Wissen, ihre Führung, ihr brillantes Licht mit ihnen teilten. Und dann, eines Tages, erhörten sie die Himmel, reichten ihnen eine Hand, segneten sie. Die Menschen freuten sich. Wir sind errettet, weinten sie. Die Sterne haben uns endlich geantwortet. Es war richtig, geduldig zu sein. Es war richtig, zu warten. Sie glaubten, dass die Geheimnisse der Welt ihnen nun offen standen, um wie reife Früchte gepflückt zu werden. Sie glaubten, ihre Zeit war letztlich gekommen. Und auch wenn es dauern würde, denn der Kosmos arbeitet auf eine Weise, die sie bis jetzt noch nicht ergründen konnten, würden die Menschen große Städte bauen und große Feinde niederstrecken. Sie würden gedeihen, doch die Sterne bewahrten weiterhin ein Geheimnis. Dass die erste Lektion, die Geduld, gar kein Geschenk von den Sternen selbst war. Es ist so, Geduld ist eine Lektion, die sich die Menschen selbst beibrachten. Immerhin hatten die Sterne kein Interesse an dem Leben der Sterblichen. Die Sterne sind arrogant, geblendet von ihrem eigenen glühenden Licht. Als ob nichts anderes im ganzen Universum so hell, so wunderschön scheinen könnte. Als ob nichts anderes so unbarmherzig sein könnte. Nein, die Sterne kennen keine Geduld, denn sie haben sie nicht nötig. Die Sterne wollen nichts und nehmen alles, was sie mögen. Sie brauchen keine Geduld, brauchen nicht zu warten. Aber ich, ich habe diese Lektion der Menschen erfahren. Ich kenne die Geduld zahlloser Kerzen, die zu Wachsfützen heruntergebrannt sind. Ich kenne die Geduld von Apfelkernen, aus Früchten entfernt und in die Erde gepflanzt, umhegt und gepflegt, bis die Stärksten unter ihnen neues Leben aus reichhaltiger Erde hervorbringen. Ich kenne die Geduld eines gewebten Wandteppichs, wie der Weber das Schicksal jedes Fadens flechtet, selbst wenn sie in der Schönheit seines Musters verschwinden. Ich kenne die Geduld eines Gefangenen. Ich habe die Sterne seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Aber wenn ich sie wiedersehe, wenn die Sterne gezwungen sind, auf mich, ihren dunklen Bruder, ihren Blick zu werfen, werden sie wissen, wie lange ich gewartet habe. Und wenn alles, was sie erbaut haben, in Trümmern liegt, werde ich ihren Fall vom Himmel genießen. Denn ich, ich war geduldig. Denn ich, ich war geduldig.